hallo liebe freunde zu immer wieder sonntags mitspuren eisenbahngeschichten heute die nächste lok vorstellung und zwar mal wieder ein großer dampfer die baureihe 01 von mini tricks das vorbild wurde 1925 bis 38 gebaut ist 130 km nach vorne schnell gewesen und nach hinten 80 km haarspitze seine schnellzugdampflok die dann ab 83 ausgemustert wurde nach meinen recherchen eine wunderschöne lok ich hatte sie damals in der null auch jetzt in n wollte ich sie unbedingt haben ein super erwerb tolle lok läuft einwandfrei obwohl sie schon ein bisschen was an jahren auf dem buckel hat auf die strecke gucken wir gleich natürlich auch noch nach meinen recherchen ist die lok 231 mal gebaut worden im vorbild wie oft das hier in modell gebaut wurde weiß ich nicht wenn ihr andere zahlen wisst schreibt es gerne in die kommentare das war's dann auch wieder für diesen sonntag bis nächste woche ciao abonnen